Hey Leute, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Wie ihr sehen könnt, habe ich den guten Spike ausgewählt und Brawl Ball, Leute. Viele von euch schreiben immer, wann ich mal wieder Brawl Ball hochlade, da ich ja in letzter Zeit immer nur Rekorde gepusht habe. Wie 35 hier, 35 da, 35 hier. Ne, Leute, würde ich mich natürlich sehr freuen, Leute, wenn dieses Video die 2000 Likes schafft, Leute. Und ja, wie gesagt, lasst gerne jetzt alle einen Like da und falls ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert und die Glocke aktiviert. Jeden Tag um 13 Uhr gibt es ein Brawl Stars Video und jeden Abend gibt es auch ein Brawl Stars Stream. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, wir kommen mal zu dem ersten Game. Ich habe gerade erst noch gestreamt, Leute. Und zwar habe ich meinen Stream ja ein bisschen früher ausgemacht, um euch noch ein bisschen Video für morgen ready zu machen. So, aber jetzt mal konzentrieren. Oh, Nita, schon fast tot. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Heal notwendig war, aber okay. Nice. Leute, was hat er gerade nach hinten geschossen? What? Nice. Let's go. Holy, was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ich muss einen töten, unbedingt, ne? Nice, er kann durch. Oh, hier, 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 hier. Jawohl, let's go. Sehr schön. Erster Game schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt. Oh, wir haben nach einer Sekunde direkt ein Game wiedergefunden. Das ist wie im Lotto zu gewinnen für mich, Leute. Normalerweise suche ich immer zehn Jahre. Ach, wir spielen ja auch nur 700 an, nevermind. Ich nehme es zurück. So. Nice. Gutes. Sehr schön. Puh. Es wäre sogar nice, wenn wir no wins machen, Leute. In diesem Video. Und zack. Leute. Sehr schnell. Hä? Ich habe gedacht, wir haben schon gewonnen. Dann haben wir halt noch nicht gewonnen. Max ist übrigens auch sehr, sehr gut in Brawl Ball, Leute, ne? Max ist sehr, sehr stark in Brawl Ball. Vor allem mit einer rosa Kombination. Wenn ihr mal wollt, dass ich Max spiele, Leute, schreibt es in den Kommentaren. Beziehungsweise schreibt mal auch in den Kommentaren, was ihr als nächstes allgemein sehen wollt. In Brawl Ball oder in welchem Modus. Ähm, dieser Geschenke-Modus verschwindet übrigens bald, ne, Leute. Deswegen, falls ihr noch Wünsche habt, dass ich einen Brawler auf 1250, beziehungsweise, ähm, wenn ihr diesen Geschenke-Modus noch sehen wollt, schreibt es gerne auch in den Kommentaren, weil der Modus wird leider erst mal weg sein. Und das heißt, ne, ich werde nur noch Brawl Ball oder so meistens spielen können, weil ihr das am meisten halt feiert. Oh, da habe ich wieder ein Game gefunden. Sehr schön. Da brauche ich keinen Cut zu machen. Es ist schade, Leute. Ich muss euch ehrlich sagen, ähm, ich feiere diesen Geschenke-Modus, ne. Wirklich, ich feiere den unnormal. Das ist mein Lieblings-Modus. Schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr diesen Modus auch feiert oder ob ihr, ob es euch sowieso egal ist, dass der verschwindet. Also mich trifft es schon hart, muss ich sagen. Es macht mega viel Spaß, zu pushen auf 35 in dem neuen Modus. So. Poco und Pam, auch eine sehr, sehr interesting combo auf jeden Fall. Go! Oh. Oh, schießt noch Heli. Oh, nice. Sehr, sehr, sehr schön. Und das nächste Game ist auch drinnen. Nice. Oh, und wieder ein Game. Leute, ein No-Joke. Ne, wir finden gerade sehr, sehr schnell Games, ne. Das macht mega viel Fun. Oh, Luis. Luis ist ja nicht in meinem Club, also in Spacestation. Ich habe gerade vergessen, dass ich die zweite Star-Power habe, weil ich vergessen habe, zu wechseln. Mit der ersten Star-Power hätte ich mich töten können und mich voll gehen können. Nein. Ich versuche gerade, dass er seinen Powerschuss... Ah, nice. Let's go! Sehr schön. Erstes Star ist auch schon... Leute, ich liebe Brawl Ball, ne. Beziehungsweise, ich bin momentan wirklich gerade in Brawl Stars Hype. Ich habe so viel Spaß in diesem Spiel. Ich hoffe, ihr merkt das auch, ne. Also, echt geil, dieses Star-Spiel. Und momentan möchte ich mich auch, beziehungsweise, ich wollte mich noch bedanken, Leute, bei euch. Der Support momentan ist wirklich mega insane, ne. Jeden Tag, Leute. Meine Views rasten richtig aus nach oben. Meine Abonnentenanzahl geht mega krass. Vielen, vielen Dank euch, Leute. Wirklich, vom Herzen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das jetzt in einem Jahr, Leute. Falls ihr es nicht wisst, ich mache YouTube und alles seit einem Jahr, also ein Jahr und zwei Wochen jetzt. Und der Grind ist einfach wirklich heftig. Ich mache jetzt... Ah, okay. Ich mache keinen Cut. Wir haben ihn gefunden. Und ich bin echt sprachlos, vor allem die Wiedergabezeit, Leute. Ihr guckt euch... So viele Leute gucken sich die Videos immer bis... bis zu Ende an. Das ist so krank. Das ist echt krank. So. Bis zur Ende, habe ich gerade, glaube ich, gesagt. Lohle. Sprachen lernen in Bubbles. So. It's my time to shine. Trickshot. Okay, doch. Trickshot. Ich wollte gerade Trickshot machen, aber da sind alle gespawren, ne? Ja, wow. Nice. war ich war eigentlich ich habe war mein Fehler Leute ich hätte ich wollte der Welt holten und hat das in der Städte Autorin weil er neben mir stand zur befasst neben mir muss er auch vergessen hat er ist davor zu wechseln L Prozent weiß holen die Erdung schossen einfach und jetzt ist es jetzt oh mein Gott oh jetzt let's go sehr schön ein Schuss weil die Lacken so hart rum ne stirbt der Welt sehr schön und nächste Runde ist nur hinten schmeckt auf jeden Fall Leute schmeckt so ich habe jetzt mal die Star Power gewechselt ich finde Leute persönlich das ist immer situationsabhängig die erste Star Power ist auf jeden Fall besser als die zweite weil ihr könnt euch halt hoch hier die ganze Zeit wenn ihr da drin steht mit der zweiten ist es einfacher zu aimen und wenn es viele Kisten gibt wie hier eigentlich kann man eigentlich die zweite besser nehmen aber eigentlich treffe ich ziemlich gut deswegen nehme ich lieber die erste damit ich mich noch hochriegen kann weil in manchen Situationen wäre ich am Leben hätte ich die erste Star Power genommen und von Anfang an guck mal hier ist oh lol da war es immer noch da drin denn es ist ein Tor für die auf jeden Fall ich muss gegen Tara spielen ich muss gegen Tara spielen sehr schön nice ich habe meine Old oh Tara nice na ich glaube wir können durch wir können durch Nice one sehr sehr schön off-white sehr sehr schön Tara pull Leute warum hä warum hielt er hä ich war da full life ich bin da ein bisschen lost willkommen wechsel ich die Star Power sind wir am strugglen oh mein Gott okay erster los geht auf jeden Fall so ich würde sagen auf geht's zur nächsten Runde Mortis, Tara und Rico ich habe jetzt meine Star Power wieder gewechselt Leute damit ich zu 100% treffe oder mehr treffe obwohl ich eigentlich auch wenn ich die erste genommen hätte trotzdem treffen würde aber ich kann halt nicht über diesen über die Ecken könnt ihr nicht so leicht schießen mit Spike außer ihr habt halt die zweite Star Power und deswegen haben sie jetzt wieder genommen und zwar noch zweimal schießen Leuchtti auch zum Glück ich kann auch ein Schuss rausbringen glaube ich muss unbedingt dieses Teil weg machen ich muss unbedingt dieses Teil weg machen ich muss unbedingt dieses Teil weg machen ich habe gedacht wir können das dürfen nein der ist toll sehr schön so ich würde sagen Leute ein Game noch dann sind wir mit Spike auf 750 Pokale so Bull ein bisschen Fokus sehen jetzt Jessie Bull und Spike sehr interessant sehr interessant sehr interessant n ich hätte naja ne ist alles gut ich habe meinen und und da macht es Gott hey ich glaube das war so ein Trickshot so naja ich es macht so viel Spaß zu spielen ne mein Lieblings Legendary Brawler zum Spielen loch als ob mein Schuss nicht trifft ich habe extra meine Ulti auf den Turret geschossen ne damit oh mein Gott damit dieser Turret schneller stirbt jawohl Zweig hat so einen Burst der Match Leute wenn ihr mit Zweig in einem Bull drin seid oder so ihr macht so viel Schaden ne ich schieße den mal mal kurz nach hinten damit wir ein bisschen mit Control kriegen können nice sehr schön haben Control so nice oder auch nicht nice oh diese Kanone Leute ist so OP ne holy Leute falls ihr es nicht wisst ich habe meine Jessie auf 1260 gepusht und ich habe da ein Video hochgeladen checkt das gerne ab Leute ich habe eine Playlist gemacht von meinen 1250er checkt unbedingt falls ihr es noch nicht getan habt meine Playlist ab mega geil ihr seht einfach pures 30 Minuten Pro Gameplay ne nur so heftig diese Videos so guck mal ob wir scoren können nice nice so so puh puh sehr schön Leute ein Lose ein Lose gehabt Rest go wins geht auf jeden Fall fit und ich würde sagen Leute das war es jetzt mit diesem Video ne wenn euch dieses Video gefallen hat dann lasst gerne einen Like da und teilt auf jeden Fall meinen Channel mit euren Freunden falls ihr es noch nicht getan habt Leute das Ziel ist auf jeden Fall dieses Jahr die 100.000 Abonnenten würde mich sehr freuen Leute wenn wir das schaffen würden ansonsten wünsche ich euch einen sehr sehr schönen Tag und wir sehen uns morgen um 13 Uhr wie jeden Tag auch oder morgen Abend im Stream haut rein ciao ciao ciao